Sri Lanka ist die zweite Destination im Langstreckenbereich, die wir diesen Herbst neu aufnehmen. Varadero war gestern, nächste Woche kommt Buenos Aires und gleich danach noch Vietnam. Also ganz tolle Destinationen, die unser Streckennetz perfekt ergänzen und ganz, ganz viel Urlaub versprechen. Ich besuche Sri Lanka aus dem Grund, weil dieses Land sich erst auf den Tourismus zu entwickeln und ich denke, es hat noch recht schöne und berührte Landschaften dort. Es gibt so viel zu offerten, in so einem kleinen Ort, mit dem Hill Country, den Böcke, den Mountains, den Whale-Watching und den Adventure. Es gibt immer etwas für jemanden, die zu tun. Besonders freue ich mich zuerst auf das Land selber, machen neue Eindrücke, auf das feine Essen, die Leute, die Kultur. Ich lasse mich überraschen.